Ja, willkommen zurück. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mit der Sunto Race S haben wir die neueste Uhr von Sunto erhalten. Besser gesagt, die Race-Reihe wurde hier um ein weiteres Uhrmodell erweitert. Ganz spannend ist dabei der Preis. Die Uhr selbst kostet hier 349 Euro. Das ist im Vergleich der Sunto Race mit der gleichen Ausstattung hier etwa 100 Euro günstiger. In diesem Review möchte ich euch zeigen, was die Uhr alles zu bieten hat. Vielmehr, was auch die Neuerungen sind. Die Sunto Race S kommt dabei hier in fünf verschiedenen Armbandfarben. Das heißt also, du kannst dich dann hier zwischen den verschiedenen Armbandfarben entscheiden. Der Buddy sieht hier an dieser Stelle immer gleich aus. Ich habe an dieser Stelle hier das orange-lilane Armband. Wir können auch sehen, Sunto Logo ist hier sehr gut eingearbeitet und das Ganze ist dann auch wirklich sehr frisch gestaltet. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wie schon erwähnt, hier das Armband zu wechseln. Wir haben hier ein 22mm Armband. Das gleiche Armband, wie es auch schon bei der Sunto Race verbaut worden ist. Wenn wir die Sunto Race S dann mal mit der Sunto Race vergleichen bzw. nebendran legen, können wir ganz gut sehen, dass die Sunto Race etwas größer ausfällt. Vielmehr haben wir hier eine Uhrengröße bei der Sunto Race S von 45mm, während es bei der Race Normalversion hier 49mm sind. Bei der Displaygröße selbst haben wir hier ein 1,32 Zoll großes Display, während es bei der Race 1,43 Zoll ist. Auch beim Gewicht gibt es einen kleinen Unterschied. Während es bei der Sunto Race 83g sind, so kommen wir bei der Sunto Race S auf 60g. Was den Displayschutz angeht, so haben wir bei der Sunto Race S hier ein Gorillaglas verbaut, während es bei der Race Version hier noch Saphir-Glas ist. Was die Farben angeht, so bekommt ihr beim Gorillaglas etwas kräftiger Farben als beim Saphir-Glas. Nichtsdestotrotz, das Display ist hier wirklich bei beiden Uhren sehr, sehr gut. Und ihr könnt auch sehen, dass die Farben wirklich sehr gut wiedergegeben werden. Was die Wasserdichtigkeit angeht, so könnt ihr dann mit der Sunto Race S bis zu 50m unter Wasser gehen, während es bei der Sunto Race dann etwa 100m sind. Und anders als bei der Sunto Race, welche noch in China hergestellt worden ist, so ist die Sunto Race S nun wieder aus Finnland. Das heißt also, wir haben auch wieder eine Uhr made in Finnland. Eine offensichtliche Änderung gegenüber der Race ist der neue Herzsequenzsensor, den wir verbaut bekommen haben. Wir können ganz gut erkennen, einmal ist der Ladepin noch der gleiche. Das heißt also, das hat sich nicht geändert. Aber wir sehen, die Anordnung der LEDs ist etwas anders gestaltet. Bei der Race haben wir hier noch eine Anordnung nach unten. Und hier ist das Ganze etwas bei der Race S verteilt. Und da kann ich auch schon eines sagen, wir sehen es nachher auch in den Daten. Der Herzsequenzsensor leistet hier wirklich sehr gute Arbeit und ist wirklich sehr zufriedenstellend. Anders als noch damals bei der Sunto Race war, als diese hier neu auf dem Markt erschienen ist. Auch beim Thema Speicher hat sich was getan. Während wir bei der Sunto Race noch für die Edelstahlvariante 16 GB bekommen haben, und bei der Titan-Version 32 GB wird die Sunto Race S hier nur mit 32 GB ausgeliefert. Das ist insoweit aber nur für Karten interessant. Das heißt also, du kannst hier Offline-Karten auf die Uhren herunterladen, weil wir momentan noch nicht die Möglichkeit haben, hier Offline-Musik zu nutzen. Das heißt also zum Beispiel Spotify oder andere Anbieter können wir momentan hier nicht auf die Uhr übertragen und dann ohne Handy rausgehen. Was aber möglich ist, wenn du unterwegs läufst und das Handy dabei hast und das Ganze mit der Uhr verbunden ist, kannst du natürlich hier die Musik dann über die Uhr steuern. Das ist auf jeden Fall eine Option, das Ganze zu nutzen. Die Sunto Race S spendiert uns an dieser Stelle auch drei neue Display-Designs. Bei Sunto ist es ja so, dass ihr jetzt hier nicht von externen Anbietern Display-Designs herunterladen könnt. Vielmehr seid ihr darauf angewiesen, was euch Sunto an dieser Stelle hier anbietet. Eines der neuen Display-Designs seht ihr jetzt auch hier auf der Uhr. Vielmehr habt ihr nun auch die Möglichkeit, hier die Komplikation anzupassen. Wir sehen jetzt hier einmal das Wetter, als auch unser Training-Slot für die Woche und dann natürlich auch unsere Ermüdung. Wenn wir jetzt zweimal auf das Display tippen, dann habt ihr die Möglichkeit, hier die vier Komplikationen zu ändern. Das heißt also, wenn wir jetzt hier einfach auf das Wetter gehen, habt ihr dann die Option hier, aus den vorgegebenen Daten hier was auszuwählen. Geht jetzt einfach mal runter, wir sehen zum Beispiel Niederschlag. Aber natürlich auch Batterie ist möglich oder Benachrichtigungen. Oder wenn wir jetzt einmal unten auf die Leiste gehen, haben wir auch hier weitere Vorschläge, was wir dann hier entsprechend auswählen können. Leider ist es nicht möglich, wenn ihr zum Beispiel jetzt das Wetter auswählt, direkt hier in das Wetter-Widget zu kommen. Das ist noch eine Sache, die können wir auf jeden Fall nochmal erweitern. Wenn wir zum Beispiel jetzt rausgehen und auf das Wetter-Widget klicken, dann passiert dann still da leider nichts. Und wenn ihr doppelt klickt, kommen wir dann wieder in die Auswahl der Komplikationen. Und dabei habt ihr auch die Möglichkeit, bei älteren Display-Designs ebenfalls hier dann die Komplikationen anzupassen. Ein Kritikpunkt bei Zoom-to-Uhren war immer die Menüführung. Besser gesagt, dass das Ganze etwas stockend wirkt. Und hier hat sich auf jeden Fall auch was getan. Das UI wurde hier überarbeitet bzw. verbessert. Wenn wir es hier durchscrollen, können wir ganz gut sehen, dass es hier wirklich sehr flüssig läuft. Das heißt also, ihr habt überhaupt keine Probleme mehr, dass es irgendwie hakt oder hängen bleibt. Auch wenn wir jetzt hier Daten auswählen, zum Beispiel ins Wetter reingehen, habt ihr die Daten direkt zur Verfügung. Wenn wir das Ganze dann mal mit der Zoom-to-Race vergleichen, können wir auch sehen, dass es dann hier etwas stockender läuft. Das heißt also, hier ist wirklich noch Optimierungsbedarf vorhanden. Das haben wir so momentan bei der Zoom-to-Race nicht. Zoom-to verspricht an dieser Stelle, dass es aber auch ein Update auf die Race geben soll, um auch ebenfalls hier ein besseres Menüerlebnis zu haben, wie auf der Zoom-to-Race S. Und wenn wir schon beim Thema Menüführung sind, kommen wir dann auch zu Benachrichtigungen. Einerseits wurde hier die Textlänge verlängert, aber dann auch die Emojis überarbeitet bzw. du bekommst diese jetzt auch schön farblich angezeigt und hast es ebenfalls schön auf der Uhr dargestellt. Einer meiner Highlights, die mir der Zoom-to-Race S erschienen ist, ist die sogenannte Kletterfunktion. Manche kennen das auch vielleicht von Garmin-Uhren, da gibt es ja die Climb Pro-Funktion. Von der Funktion her ist das hier ähnlich. Du bekommst nämlich, wenn du an den Berg kommst, einmal ein Alarm, dass jetzt eine Steigung kommt. Darüber hinaus siehst du auch einen kleinen Überblick, wie lange die Steigung andauert und welche durchschnittliche Steigungsrate hier am Berg herrscht. Darüber hinaus bekommst du auch farblich angezeigt, in welche Kategorie dieser Berg eingestuft wird. Das heißt also zum Beispiel Orange-Rot für sehr steil oder dann, es gibt ja auch die grüne Version, wenn du runterläufst, dann für einen Abstieg. Und dabei bekommst du die ersten Daten auch schon bei der Planung angezeigt. Sei es, wenn du jetzt mit der Zoom-to-App die ganze Strecke planst, aber auch mit Komod oder mit Strava, sobald das Ganze dann hier in die Zoom-to-App importiert worden ist, wird das Höhenprofil hier in den verschiedenen Kategorienstufen beziehungsweise Steigungsstufen eingeteilt und du siehst das Ganze dann auch hier in der Übersicht. Und wenn du die Navigationsstrecke dann hier auf die übertragen hast, kannst du dann auch loslegen, dann bekommst du einmal wie gesagt am Berg selbst erstmal einen Alarm angezeigt, wenn der Berg anfängt und du siehst dann auch hier grafisch einmal schön eingeblendet, wie viele Höhenmeter du schon gemacht hast und wie viele Resthöhenmeter vor dir stehen. Wenn wir dann schon beim Thema Navigation sind, so bietet uns auch die Sunto Race S an dieser Stelle hier wieder eine Offline-Turn-by-Turn-Navigation an. Das heißt also, du kannst deine geplanten Routen, wie gesagt hier auf die übertragen und du bekommst so etwa 40, 50 Meter vor der Kreuzung das erste Signal, wo du dann abbiegen musst und an der Kreuzung selber gibt es dann auch nochmal ein Signal, wobei es aber hier leider einen Nachteil gibt, dass es dann hier nicht für die aktuelle Kreuzung nochmal angezeigt wird, sondern dann für die nächste Kreuzung. Das heißt also, wenn du jetzt hier links abbiegen musst und in der nächsten Kreuzung rechts, steht dann hier dran, in zum Beispiel 200 Meter dann rechts abbiegen. Du hast aber auch die Möglichkeit, hier dann auf eine Offline-Karte zu schauen, weil du kannst nämlich auch hier Offline-Karten auf die Sunto Race S herunterladen, Voraussetzung hierfür ist aber, dass du hier dann WLAN hast, weil das Ganze nur mit WLAN möglich ist. Was das Kartenmaterial an sich angeht, so bekommen wir dann auch hier topografische Karten angezeigt, das heißt also, die Linien sind eingezeichnet. Ihr bekommt dann auch Wege, Seen, Wälder. Das Ganze ist wirklich optisch sehr gut herausgehoben, kann man sich wirklich sehr gut orientieren. Was es leider an dieser Stelle nicht gibt, sind Straßennamen. Das hatten wir auch schon bei der Sunto Race und bei der Sunto Vertical. Da gab es ebenfalls hier keine Straßennamen auf der Uhr. Eine Neuerung bekommen wir dann hier beim Rauszoomen der Karte. Bei der Sunto Race in der aktuellen Version hatten wir noch die Möglichkeit, bis zu zwei Kilometer rauszuzoomen. Das Ganze wurde jetzt auf 20 Kilometer erweitert. Auch die Performance der Uhr ist ganz gut. Das heißt also, wenn du eine Karte bewegst, dann dauert es natürlich einen kleinen Moment, um das Ganze nachzuladen. Es sind ja auch ein paar Daten, die nachgeladen werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze läuft hier dann doch wirklich relativ flüssig. Auch bei den sportspezifischen Datenfeldern hat sich hier was geändert. Vielmehr könnt ihr jetzt, wenn ihr zum Beispiel Pause drückt, bekommt ihr unten einen Pausentimer angezeigt, wie lange ihr in der Pause seid. Und ihr habt auch die Möglichkeit, im Pausenfenster dann durch die verschiedenen Datenfelder zu scrollen. Das war nämlich in der alten Version von der Sunto Race noch nicht möglich. Da war es einfach nur in der Pause und konntest hier nicht durch die verschiedenen Datenfelder durchschauen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen Datensatz nachlesen wolltest. Und du bekommst jetzt auch im unteren Bereich, wenn du eine Navigation durchführst, hier ein Pfeil angezeigt, wie dann hier die nächsten Abbiegungen aussehen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, die Sunto Race S in den sogenannten Always-On-Modus zu betreiben. Das heißt also, du kannst hier dauerhaft deine Uhrzeit anzeigen lassen. Wenn du jetzt aber hier das komplette Display-Design sehen möchtest, kannst du auch einstellen, dass wenn du die Hand hebst, das Ganze dann hier aktiviert wird. Gehst du dann mit der Hand wieder zurück, geht es wieder in den Ruhemodus und du bekommst dann nur entsprechend die Uhrzeit angezeigt. Das Ganze geht natürlich dann auch während der Aktivität. Das heißt also, wenn du eine Aktivität durchführst, siehst du auch dauerhaft deine Daten auf der Uhr beziehungsweise werden diese Stelle hier nicht ausgeblendet. Und dann kommen wir auch zum nächsten spannenden Punkt, das ist in diesem Fall die Akkulaufzeit. Ich habe die Uhr jetzt noch nicht lange im Einsatz gehabt, das heißt also, ich kann erst mal einen ersten Eindruck wiedergeben. Ich habe die Uhr jetzt hier eher 24-7 getragen, das heißt also Schlaftracking betrieben, Blutsauerstoffmessung, auch Schritte wurden getrackt, also alles, was hier man von einer Sportuhr erwartet. Und so kam ich ja tatsächlich auf die Laufzeit von etwa fünf Tagen, die hier Sunto mit der Sunto Race S im Always-On-Modus angibt. Das heißt aber jetzt aber ohne eine Aktivität. Wenn wir uns dann die Aktivitäten betrachten, so habe ich jetzt hier zwei verschiedene durchgeführt. Einmal das Ganze hier mit Navigation, das heißt also hier gab es immer Abbiegenweise, habe öfters mal auf die Karte geschaut und an dieser Stelle auch mit dem besten GPS, was die Sunto Race S zur Verfügung stellt. Und da kam ich auf eine Laufzeit von etwa 16 Stunden. Anders sieht es aus, wenn ich jetzt hier keine Navigation durchführe, das heißt also keine Signale auf die Uhr kommen, da komme ich dann auf eine Laufzeit von etwa 28 Stunden, zumindest bei meinem Test, mit dem besten GPS. Aber wie gesagt, ich muss an dieser Stelle etwas weiter testen, um hier genauere Werte zu erhalten. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns die Uhr etwas genauer an. Ich habe es schon erwähnt, ihr habt nämlich auch die Möglichkeit, Shortcuts zu hinterlegen. Das heißt also, auf der Taste hier oben rechts, zum Beispiel habe ich jetzt, wenn ich länger drauf drücke, die Möglichkeit, eine Taschenlampe zu aktivieren. Dann wird das Display hier etwas heller. Oder wir können das Ganze auch, wenn wir es jetzt deaktivieren, auch rechts unten auf die Taste drücken. Da kommen wir dann zum Beispiel in den Nichtsteuermodus, den habe ich hier drauf gelegt. Ihr könnt das für euch aber auch komplett individuell verwalten, wie ihr das dann haben möchtet. Bei den Widgets selbst, wenn wir jetzt mal in die Widgets hineingehen, da könnt ihr auch selber das Ganze einstellen. Das heißt also, ihr könnt euch Widgets ausblenden lassen oder auch anders anordnen. Das ist eine Anordnung, die ich jetzt gerne nutze. Ich habe zum Beispiel jetzt hier das Wetter. Da bekommt ihr so eine kleine Übersicht angezeigt, wie sich das Ganze in den nächsten Tagen entwickelt. Aber dann natürlich auch Luftfeuchtigkeit, Windböen und natürlich dann auch hier an dieser Stelle die Luftqualität. Ihr bekommt dann auch angezeigt, wie jetzt hier der Sonnenaufgang zum Untergang ist, inklusive eines Verlaufs. Das heißt also, ihr seht dann hier direkt im Verlauf, wann die Sonne scheint. Wir haben jetzt momentan Dämmerung beziehungsweise es ist jetzt schon fast Nacht. Und ihr bekommt natürlich auch eine Übersicht, wie das dann hier Tageslicht aussieht, als natürlich auch, wann die Sonne aufgeht und wieder untergeht. Und du hast dann auch die Möglichkeit, hier auf der Uhr eine Unwetterwarnung einzustellen. Das heißt also, wenn dann hier der Druck schnell abfällt, dann bekommst du auf der Uhr entsprechend auch die Warnung angezeigt. Wenn wir dann weiter herunterscrollen, dann kommen wir auch hier zum Ressourcenmonitor. Da bekommt ihr so eine kleine Übersicht angezeigt, wie erholt ihr seid. Ich habe jetzt einen sehr entspannten Tag gehabt, aber natürlich dann auch hier die Schritte und die Kalorien. Und hier wurde beim Schrittzählen auch was verbessert. Das heißt also, die Schritte werden jetzt besser erkannt. Ich habe jetzt hier noch kaum Abweichungen gehabt zu meiner Garmini, die ich parallel getragen habe. So etwa 150 Schritte waren das etwa heute gewesen. Die Kalorien sind noch einen Ticken höher als bei Garmin, aber auch hier bewegen wir uns im kleineren Bereich. Das sind jetzt hier so etwa 30, 40 Kilokalorien mehr gewesen, die uns hier die Sumto Race S anzeigt. Auch hier bekommt ihr so eine kleine Übersicht. Wir sehen jetzt hier, ich habe die Uhr jetzt drei Tage getragen und da können wir das Ganze auch nochmal die Historie anschauen. Stichwort Daten. Ich habe jetzt die Sumto Race schon vorab getragen, um hier ein paar Daten zu sammeln, aber es werden leider nicht die Daten, die ich mir in der Sumto Race gesammelt habe, auf die Sumto Race S mit übertragen. Das heißt also, ich bekomme die Historie dann nicht angezeigt. Es ist zwar in der App alles da, aber die Uhren selber synchronisieren sich nicht gegenseitig miteinander. Wenn wir weiter runtergehen, dann bekommen wir dann auch hier den Schlaf im Überblick. Wir sind jetzt hier 5 Stunden 16, waren jetzt die letzte Nacht, das war jetzt nicht so viel. Wir bekommen auch dann das Defizit von meinem Ziel angezeigt, das ich selber angegeben habe, als dann auch die Schlafqualität und die minimale Herzfrequenz, wie natürlich dann auch hier zum Beispiel dann, wie das Ganze hier mit Wachfassen war, leicht Schlafphasen. Das wird ebenfalls angezeigt, wobei das Ganze aber mit Vorsicht zu genießen ist. Ihr bekommt hier genauere Werte, wenn ihr das Ganze im Schlaflabor macht. Entscheidend ist aber natürlich dann, wann die Einschlafphasen sind, die Aufwachphasen. Dann bekommen wir auch noch die Herzbegrenz-Vorabilität angezeigt. Und hier ist es auch wieder der Punkt mit der Synchronisation. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt keine Tendenz. Ich sehe jetzt hier nur, meine letzte Nacht war 72 Millisekunden. Ihr bekommt auch angezeigt, dass ihr 14 Tage das Ganze tragen müsst. Und natürlich könnt ihr euch das Ganze auch nochmal hier anschauen. Wenn wir uns das Ganze dann mal kurz auf der Race anschauen, die ich jetzt vorgetragen habe, da gibt es ja dann auch die Herzbegrenz-Vorabilität. Und so sieht es dann aus, wenn ihr die 14 Tage vollbracht habt. Dann bekommt ihr individuell angezeigt, wo dann euer Optimalwert ist. Wir sehen hier, ich bin etwas darunter, ich habe jetzt viel Sport gemacht. Daher habe ich jetzt hier eine schlechte Herzbegrenz-Vorabilität. Und das ist natürlich ein entscheidender Faktor hier auch für die Erholung, um das Ganze dann hier genauer zu betrachten. Dann haben wir natürlich auch die Herzsequenz. Da sehen wir dann einmal grafisch angezeigt, den Tagesverlauf. Aber natürlich dann auch hier Minimum als auch dann den Kalorienverbrauch pro Stunde. Als natürlich auch die Blut-Zauerstoff-Messung ist ebenfalls mit dabei. Wir sehen jetzt hier 96%. Diese wird dann hauptsächlich dann während des Schlafes gemessen. Und dann kommen wir auch schon direkt in die Trainingsübersicht hinein. Wir bekommen hier einmal eine wöchentliche Übersicht. Das heißt also, wie anstrengend war dein Training in der Woche? Einen Nachteil hat es, wenn ich jetzt von Sonntag auf Montag switche, dann ist das Ganze hier leer. Das heißt also, du kannst einfach nur die Woche betrachten. Wir kennen das zum Beispiel von Chorus. Die machen es genauso. Bei Garmin bekommt er ja trotzdem die Übersicht angezeigt. Ich würde mir wünschen, dass man das Ganze auch hier fortlaufen machen würde, um einfach hier eine komplette Übersicht zu haben der letzten sieben Tage. Und dann haben wir natürlich auch noch die Erholung, das sogenannte TSB-Modell, was wir angezeigt bekommen. Wir sehen es hier. Aktuell bin ich ermüdet. Ich bin hier im gelben Bereich, also nicht optimal erholt. Und auch hier bekommen dann hier vom Coach so ein paar Hinweise, dass ihr euch dann ja besser erholen sollt. Beziehungsweise seht ihr auch nochmal hier im Verlauf der Woche oder beziehungsweise in den letzten sechs Wochen könnt ihr euch ebenfalls anschauen. Und natürlich bekommt ihr auch eine generelle Trainingsübersicht, das heißt also eine Langzeitübersicht, wie sich jetzt das Training entwickelt hat. Wir sehen jetzt hier, ich habe einen Wert von 43. Meine Steigerungsrate sind fünf Punkte. Das heißt also, ich habe hier auch mein Training ausgebaut, moderates Training. Und auch hier können wir uns die Leistung anschauen. Da müssen wir nochmal ein paar Läufe mehr machen, um hier weitere Daten einsehen zu können. Natürlich haben wir dann auch ein Logbuchübersicht der letzten Trainings. Wir sehen jetzt hier, ich habe eine Stunde 24 trainiert mit der Uhr bis jetzt. Ich sehe jetzt hier die beiden Workouts, die ich gemacht habe. Wir nehmen den Lauf jetzt mal aus. Wir sehen jetzt hier, da bin ich viel gestanden, bekomme eine kleine Pace-Übersicht. Aber natürlich dann auch die Distanz, das Tempo, die Leistung wird hier gemessen. Ihr habt nämlich auch Leistungsmesser am Handgelenk, als auch die Schritte und die Herzfrequenz. Und ihr seht dann auch hier, welche Zonen ihr dann bedient habt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Herzfrequenz-Zonen oder dann auch die Intensitäts-Zonen generell, als auch die Leistungs-Zonen, auch hier mit der Zeitangabe. Und wir sehen auch Kalorien und dann den Anstieg beziehungsweise den Höhenverlauf ebenfalls mit dabei. Und so habt ihr dann die Möglichkeit, hier euer Training auf der Uhr anzuschauen. Du kannst das Ganze natürlich dann auch in der Sunto-App anschauen. Das heißt also, du bekommst auch hier nochmal weitere Analysen, auch dann nochmal die GPS-Karte, als dann auch grafisch kannst du nochmal die Sachen hier vergleichen. Ich habe zum Thema Sunto-App auch mal ein ausführliches Review gemacht, habe die mal vorgestellt. Falls es interessiert, ich verlinke das Video mal, da kannst du mal reinschauen. Und es gibt dann hier noch einen barometrischen Höhenmesser, bei dem ihr die Höhen angezeigt bekommt, als dann auch hier einen Kompass, den ihr ebenfalls hier jetzt gerade im Keller nutzen könnt, um hier euch die Koordinaten anzeigen zu lassen. Bei den Sportaktivitäten bekommt ihr alles angeboten, was Sunto hier im Repertoire hat. Wenn wir rechts oben auf die Taste drücken, kommen wir auch direkt hier in die Sportaktivitäten hinein. Was jetzt hier zum Beispiel laufen, Basic wird angegeben. Basic bedeutet einfach, dass in die Datenfälle die Sunto für euch hier vordefiniert hat. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, für jede einzelne Sportart eigene Datenfelder zu verwalten, beziehungsweise die so einzustellen, wie ihr es haben möchtet. Und dann kann das Ganze den Namen geben und dann habt ihr eure eigene Sportaktivität auf der Uhr. Ihr habt auch die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel im Batteriemodus gehen, auch verschiedene GPS-Modis auszuwählen. Das heißt also die Genauigkeit, als natürlich auch die Laufzeit. Ich habe schon gesagt, ich komme auf etwa 28, 28,5 Stunden Laufzeit bei Leistung. Das ist der Topwert. Ihr könnt dann aber auch zum Beispiel auf Tour gehen. Dann habt ihr 121 Stunden Laufzeit. Wenn wir das Ganze mal reinschauen, sehen wir hier die GPS-Genauigkeit, wird runtergedreht. Die Messwerte werden nur alle zwei Minuten erfasst und die Herzfrequenz ist dann an dieser Stelle hier deaktiviert. Das ist halt gerade interessant für sehr lange Touren. Und dann gibt es hier noch den Punkt, ja, Sunto Plus. Das heißt also, du hast die Möglichkeit, aus dem Sunto eigenen App Store, der überhaupt nichts kostet, also komplett kostenlos, hier weitere Funktionen auf deine Uhr herunterzuladen. Das heißt zum Beispiel, es gibt eine Climb-Funktion oder dann eine Funktion, die euch anzeigt, wie viele Kalorien oder beziehungsweise wie viel Fett ihr verbrennt. Das bekommt zum Beispiel das Live-Dart angezeigt oder auch das Wetter. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, einen sogenannten Guide herunterzuladen. Das heißt also, ihr bekommt ein geleitetes Workout. Das Ganze geht ebenfalls über Sunto Plus. Leider ist das Ganze etwas eingeschränkt. Das geht nur bis zu maximal zwei Sunto Plus-Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel die Climb-Funktion oder den Ghostrunner, gegen den ihr antreten könnt, um hier schneller zu laufen und mehr ist in dieser Stelle leider nicht möglich. Und so bekommen die Daten wie gesagt hier weiter angezeigt. Was das Training angeht, habt ihr aber nicht nur die Möglichkeit, bei Sunto Plus hier irgendwelche Guides durchzuführen. Nein, du kannst natürlich dann auch eigene Trainings hier auf der Sunto-App erstellen und diese auf die Uhr übertragen beziehungsweise hier ein strukturiertes Workout durchführen. Was den Herz-Grenz-Sensor angeht, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, haben wir hier eine neue Hardware bekommen. Ich habe jetzt mal zwei Läufe gemacht, einen Intervalllauf und ein Lauf, bei dem ich gefilmt habe. Das heißt also, ich bin viel gestanden, haben wir losgelaufen, berghoch gelaufen. Das heißt also, hier war es das ganze Bild etwas unruhig. Nichtsdestotrotz, die Uhr hat es dann wirklich sehr gut hinbekommen, wobei man was sagen muss, gerade in den ersten 50, 60 Sekunden gibt es dann doch ein kleines Problem, was die Messung angeht. Das heißt also, hier ist es ein bisschen höher, als es wir jetzt hier von dem Brustgurt hier sehen können. Das Gleiche ist dann auch beim Intervall. Auch hier werden die Verläufe gut wiedergegeben, aber auch hier ist der Anfang etwas schwierig, was die Messung angeht. Interessant sind auch die Daten der Sumter Race als Vergleich. Diese hat ja dann ein Update bekommen. Man kann ganz gut sehen, dass beim Intervall auch hier die Sumter Race mittlerweile sehr gut die Werte wiedergibt, wie genauso hier die Sumter Race S. Du hast aber auch die Möglichkeit, wenn du jetzt aber sagst, ich möchte jetzt hier mit einem Herzfrequenzsensor laufen, auch hier einen Herzfrequenzsensor mit Bluetooth zu verbinden, das ist überhaupt kein Problem. Hier musst du dich dann für die Kategorie entscheiden, dass du jetzt einen Herzfrequenzsensor verbinden möchtest. Du hast aber auch natürlich die Option, darüber hinaus auch zum Beispiel ein Leistungsmesser vom Rad zu verbinden oder ein Laufpott, falls du das an dieser Stelle hier verwendest. Bei der GPS-Messung bekommt ihr hier bei der Sumter Race S auch das L1 und L5 Band. Das zeigt sich natürlich dann auch wieder in den Daten. Wenn wir jetzt hier mal das Ganze im Wald anschauen, können wir ganz gut sehen, dass die Verläufe wirklich sehr, sehr gut wiedergegeben werden im Vergleich zum Garmin Multiband. Auch im Freigelände ist es natürlich kein Problem, das ist natürlich mit dem Satzlinienempfang deutlich besser und auch da bietet die Uhr hier wirklich ein sehr gutes GPS-Bild wieder. Und was die Entfernung und Messung angeht, wobei ich aber erst einen größeren Lauf gemacht habe, kann man trotzdem ganz gut sehen, dass es hier auch wieder gut wiedergegeben wird. Das heißt also, die Unterschiede zwischen einem Garmin Multiband und einer Sumter Race S sind hier marginal. Wir bewegen uns wirklich im Toleranzbereich der GPS-Messung, was hier der Abstand zwischen den beiden Uhren ist. Ich für meinen Teil kann sagen, mein Ersteindruck ist wirklich sehr, sehr gut. Ihr bekommt hier eine etwas kleinere Race dann quasi angeboten. Der einzige Unterschied ist halt natürlich das fehlende Saphir-Glas und dass ihr hier 50 Meter weniger tauchen könnt. Aber nichtsdestotrotz habt ihr hier keine Einschränkung, was die sonstigen Features angeht. Stichwort Feature. Es gibt dann hier auch ein Update für ältere Uhren. Das muss ich jetzt ein bisschen ablesen. Und zwar die Sumter Race als auch die Vertical und auch die neuen Peak Pro bekommen dann auch alle diesen Kletteranstieg beziehungsweise hier den Guide während des Laufes, wo ihr dann seht, wo ihr gerade am Berg seid beziehungsweise wie viel Prozent Steigung das Ganze hat. Ihr bekommt dann auch die individuell einstellbaren Datenfelder, also die Zifferblätter, die ihr dann einstellen könnt. Ihr bekommt auch die drei neuen Zifferblätter angeboten und ihr bekommt dann auch an dieser Stelle hier das Kartensuming, was bis auf 20 Kilometer rausgeht. Das heißt also auch das ist dann hier enthalten und ihr bekommt natürlich an dieser Stelle auch die Emojis, die ich jetzt schon genannt habe und auch der Schrittzähler beziehungsweise die Bildschirmhelligkeit wird ebenfalls optimiert. Das heißt also auch die Sumter Race bekommt bis auf den Herzfrequenzsensor hier dann alle Updates angeboten, die wir auch auf der Sumter Race S hier bekommen haben. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie dein Eindruck der Sumter Race S ist. Ist es für dich eine Option, die Uhr zu kaufen? Ist es vielleicht eine Option, auch eine Sumter Uhr zu wechseln oder auf eine Sumter Uhr zu wechseln? Schreib es doch mal gerne runter in die Kommentare. Ich freue mich da auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr zum Thema Sumter wissen möchtest, ich habe auch mal eine Playlist rund um Sumter oder kannst du mal reinschauen beziehungsweise wenn du im neuen Kanal bist. Ich habe auch mal eine Best-of-Playlist, dass sie sowas sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Wenn das Video gefallen hat, dann lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich und auch den Algorithmus. Ansonsten bin ich wieder Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.